Wie bekomme ich meine Omi-Token von der Exchange auf die Meta-Mask? In diesem Video werden wir explizit darauf eingehen und ich, der Käpt'n, werde dir auf jeden Fall zeigen, wie du das Ganze machst. Ich würde aber sagen, wir schnacken gar nicht lange rum um dieses wirklich sehr kurze Thema und starten direkt rein ins Thema. Als allerersten wichtigen Schritt würde ich auf jeden Fall die Auszahlung machen. Um natürlich erstmal überhaupt auf Meta-Mask auszahlen zu können, brauchst du natürlich erstmal ein Konto auf Erfüllung. Dazu gehst du natürlich erstmal das Ganze installieren. Dafür findest du viele, viele weitere Videos auf jeden Fall erstmal auf YouTube. Und wenn du das Ganze gemacht hast, dann findest du hier oben deine Adresse. Die kopieren wir uns jetzt einfach, fügen die hier ein und ganz wichtig, wenn ihr zum Beispiel bei BitForex hier auszahlt, dann müsst ihr auf jeden Fall hier RC20 beim Chain-Namen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann zahlen wir uns einfach unsere Token aus. Ja und jetzt fragt sich natürlich jeder, ja dann müssen ja eigentlich gleich meine Token bei Meta-Mask sein. Richtig, aber dafür müsst ihr noch was ganz Entscheidendes tun. Ihr müsst nämlich den Token hinzufügen. Bei Meta-Mask funktioniert das nämlich ein bisschen anders. Da taucht nicht einfach so der Token auf, sondern der muss sozusagen extra hinzugefügt werden. Und hier haben wir auf jeden Fall, ja wie ihr seht schon bei mir, einmal die OMI-Token stehen, weil ich nämlich das Ganze schon mal gemacht habe. Wenn wir das Ganze jetzt hier aber neu importieren wollen, gehen wir hier auf Token Import und dann gehen wir auf Benutzerdefinierten Token. Und hier müssen wir dann auf den Medium-Artikel, den ich euch unten in der Beschreibung verlinke. Und hier findet ihr nämlich die Ethereum OMI Contract Adresse. Die kopiert ihr euch natürlich erstmal. So und dann gehen wir wieder hier oben auf Meta-Mask natürlich einmal drauf. So jetzt müssen wir das Ganze zwar nochmal kurz hier machen. Token Import, Benutzerdefinierter Token und dann geben wir hier einfach mal die Contract Adresse ein. Als Token Symbol natürlich OMI und bei den Dezimalstellen hier auf jeden Fall 18 hinschreiben. Und dann, ihr seht schon, bei mir steht jetzt schon, der Token wurde bereits hinzugefügt. Das heißt, ich kann das nicht nochmal machen. Aber wenn ihr das Ganze so gemacht habt, wie ich jetzt, also diese Adresse eingefügt habe, die Dezimalzahl hingeschrieben habe und auch das Token Symbol, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und dann sollte nach spätestens einer Stunde hier auf jeden Fall der OMI-Token dann bei euch auch auftauchen. Beziehungsweise der OMI-Token wird dann hier bei euch auch schon tatsächlich auftauchen. Aber noch nicht die OMIs, die ihr natürlich eingezahlt habt. Die können manchmal ein bisschen länger brauchen. Und wie gesagt, so eine Stunde ist in etwa relativ normal. Hängt immer davon ab, wie ausgelassen natürlich auch die Chain ist. Aber das geht eigentlich meiner Meinung nach relativ schnell. Und das war es tatsächlich auch schon mit diesem ganzen Thema. Wenn dir dieses ganze Thema geholfen hat und das ganze Video gefallen hat, dann gib dir das ganze Video sehr gerne ein Like, damit es noch mehr Leute sehen, die das eventuell gebrauchen könnten. Und ansonsten schreib mal unten in die Kommentare, ob ich dir damit helfen konnte. Wenn ja, wie gesagt, freut es mich auf jeden Fall sehr. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich bedanke mich bei dir da draußen. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.